AustroTherm ist Spezialist im Bereich der thermischen Sanierung von Gebäuden. Für Wärmedämmmaßnahmen im Keller bzw. an Grundmauern sind AustroTherm XPS Topplatten bestens geeignet. Die wesentlichen Eigenschaften oder positiven Eigenschaften des extrudierten Polystyrols sind die Druckfestigkeit und die Wasserunempfindlichkeit. Vor allem in den Bereichen, so wie hier in Kellerbereichen, wo es feucht ist, vielleicht von unten feuchtiger kommen kann oder auch im Schadensfall, was wir nicht wollen, Feuchtigkeit von oben, Wasserrohrbrüche oder sonstige Dinge, ist das Material nicht empfindlich gegen Wasser durch die geschlossene Zellstruktur. Die Druckfestigkeit, wenn man sich vorstellt, ist bei diesem Material bis zu 13 Tonnen pro Quadratmeter. Das bedeutet, auch im Falle der Verarbeitung, wenn alles schon verlegt ist, ist es möglich auf den Braten ohne Probleme herumzugehen, ohne dass sie zerstört werden können oder auch Dinge zu lagern, bis der Estrich gemacht wird. Die Verlegung ist relativ einfach dieser Platten. Wichtig ist nur zu beachten, dass es von qualifizierten Facharbeitern gemacht wird. Das ist ein wesentlicher Punkt. Alle Infos über AustroTherm Produkte auf austro-therm.at